Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together Notnagel mit Ass Reiter. Ja, hallo, recht herzlich Willkommen. Ja, das war's. Ja, wir sind hier unten drin, haben uns eingemauert letztes Mal. Ja. Zum Schutz, weil wir irgendwo, ja, Redstone hattest du, glaubst, zuletzt gefunden? Ja, da unten. Ich weiß gar nicht. Ah, da unten, ja, jetzt sehe ich es auch. Und schön, davor noch anderes Redstone, ne? Mhm, pass auf, das ist Lava. Unter dir ist ein Loch, pass auf, dass du nicht unter dir gräbst direkt. Das sehe ich nämlich gerade da. Und da rechts ist ja auch nochmal Redstone. Okay, das holst du jetzt wohl, oder wie sehe ich das? Genau. Dann brauche ich da nicht runterlaufen, denke ich mal, ne? Nee, nee, sonst schiebst du nachher noch. Genau, viel zu gefährlich für mich. Hm. Das Holz hier wieder wegmachen, die Holzhütte, wo wir drinne waren? Ja. Ich denke mal, ja, ne? Jetzt ruckelt das hier. Das ist natürlich klar, über der Lava muss es ruckeln. Ja, genau, das ist ja auch heiß, deswegen, da kommt alles in Schwung, ne? So, Holz hole ich wieder ab. Ja, Eisen, Kohle, alles da, ne? Sehr ergiebig hier gerade, oder? Jetzt sehe ich das falsch. Und ich mache es mit Holz, alles klar. Ja. Gut. Gleich alles weg. Fackel aufsammeln. Und dann können wir ein bisschen weiter da hinten auch eine Fackel noch hinmachen, ne? Weißt du, sagt mir ja ein von über 60 FPS, aber ruckeln du's. Geht oder ist ganz schlimm? Ja, es geht, aber... Komisch, ne? So, Fackeln habe ich noch, dann kann ich eine hier so hinmachen, denke ich mal. Ich denke mal, da brauchen wir keine, weil die Lava jetzt hell ist. Die Lava jetzt leuchtet unten noch, ne? Genau. Und ich weiß auch warum, ich habe so viele FPS, aber der Prozessor ist überlastet. Prozessor ist überlastet. Ja, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Shader jetzt nicht mehr gehen. Oder ist... Ne, der Ram ist auch... Oh, hallo, auch nicht überlastet. So, hier ist ganz viel Wasser, aber... In der Richtung passiert nix, aber hier geht's noch um... in der Ecke auch noch weiter, dann. Und da ist ein Creeper. Wow, dann haue ich mal schnell ab, da habe ich nämlich gar keine Lust zu. Oh, beinahe wäre ich da runtergefallen, ey. Das wäre nicht gut gewesen. Hier ist noch Smaragdell. Gucken, dass der Creeper mich nicht verfolgt. Nein, der Creeper hat mich nicht verfolgt. Wo bist du? Da oben, okay. Da kam nur Lava raus. Wo kam Lava raus? Weil wir uns Smaragd war. Okay, da oben, oder was? Nicht hier oben. Nicht, dass ich das jetzt gleich hier irgendwie... auch noch mache, ne? Da kannst du sehen, da habe ich Cubblestone gesetzt. Das erkennt man eigentlich sehr gut. Wo bist du denn? Wo war das denn? Ich... Da tropft noch Lava aus der Decke. Ach, aus der Decke war das. Da oben, über dir. Nein. Oh, den Creeper habe ich da hinten gesehen, hinter dir. Aber ein bisschen weiter weg. Ich bin jetzt total durcheinander. Hier oben war das, oder was? Nein, da hinten. Oh, da hinten. Wo ist da hinten? Das ist eine Go-Ords-Angabe, die ist recht genial. Oh, das ist noch Holz. Ja, da war ich eben wahr. Boah. Hier. Da. Da. Da? Was hast du da an anderen Steinen gemacht, den ich nicht erkenne? Nee, das war gar nicht da. Okay. Alles klar. Also über uns Lava. Ja. Gut, was machen wir jetzt? Kann ich, äh, kurz mal ins Inventar gucken? Kohle habe ich noch nicht abgebaut. Oder doch, da ist Kohle, ne? Ja, dann will ich mal gerade ein paar Fackeln machen. Das macht Wuckel, die Duckel. Ach, das geht ja gar nicht. Oh! Was war denn das für ein Idiot? Zum Glück hatte ich eine Rüstung an. Der kam von der Decke gesprungen. Der andere ist, glaube ich, in die Lava. Nein. Okay, also, das hört sich schon ziemlich nah an und ich baue gerade was. Oh nein. Was passiert? Doch, ich habe noch ein Steak. Ich habe noch ein Steak. Oh, das Holz. Ich habe Holz. Steak. Stick. Steak! Was ist ein Steak? Ach, das tropft dann da immer noch. Ist das gefährlich oder was? Nein. Habe ich was zu essen mit? Ein Ei habe ich mit. Rammelfleisch habe ich mit. Gut, aber sonst kann ich dir nicht helfen. Ne. Ich habe dir doch auch was gegeben. Ich habe doch genug. Oh, einen Äpfel hast du genug. Achso, ich dachte, du hättest jetzt nichts zu essen. Alles klar. Da unten warst du schon, ne? Oder wie war das? Ja. Oh, hier ist ja auch noch Lava überall, ne? Ist ja riesengroß hier. Jetzt geht es immer tiefer, immer tiefer, meine Güte. Und da komme ich jetzt nicht hoch. Da muss ich erst was basteln. Ich bin wieder zurück. Oben? Ja, also ich bin jetzt in der Mine und dann bin ich runtergefahren. Okay. Hier ist ja sowas wie ein Skelett. Ein bisschen Skelett. Ja, hier haben wir ausgeleuchtet. Leuchtet. Spinner. Du spinnst wohl. Boah, da ist ja hoch. Und ein riesen Wasserfall wieder hier. Aber da komme ich jetzt nicht hin. Da muss ich erst abbauen. Und da ist es wieder so hoch. Weißt du, wo ich bin? Nee, weiß ich nicht. Kommen wir nochmal zur Lava. Sofort. Okay, da geht es nicht weiter. Da ist Sackgasse. Hinter dem Wasserfall. Oh, spring. Ich hoffe, ich finde da auch hin. Ich wollte es nochmal gesehen haben hier. Da kommt der nächste Creeper von der Decke. Da musst du irgendwo unnestet sein. Von der Decke? Ja, das ist wahnsinnig hoch und ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, dass ich zu dir komme gerade. Ah, hier rechts abbiegen war es. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, den Knall habe ich noch gehört, ja. Okay, ich bin geplatzt. Bist du tot oder was? Nee. Hier, da, rechts, links, links. Du bist... Wo bist du? Bei der Lava? Ja, siehst du mich nicht. Ach so, da ja, jetzt sehe ich dich. Ist ein bisschen dunkel hier in der Ecke. Nö, überhaupt nicht. Hier, warte. So. Und da muss ein Creeper um die Ecke. Rechts geht es noch weiter. Aber ich meine, ich wäre da eben gewesen. Rechts um die Ecke? Ja, da ist so ein Kreislauf, ist das meine ich. Ja, ja, da kommen wir wieder zurück. Ja, kannst du mal hier... Ich mache mal hier eine Fackel noch hin. Ach, da hinter dem Ding, hinter dem Wasser geht es noch weiter. Das konnte man erst gar nicht so sehen, ne? Oh, Skelette. Jo. Komm schon. Achte auf dein Leben. Mhm. Ach, der schießt auf mich, dann ist ja gut. Na, habe ich erwischt. Komm schon, vorwärts muss es gehen. Ich habe... Alles prima bis jetzt. Oh, Gras. In der Höhle, mit Creeper. Genau, Creeper da auch noch, ne? Creeper voraus. Der will ja gar nicht umgehen. Oh, ist es hier? Oh, Creeper. Neben dir, neben dir. Ja. Mach ich schon. Ja, wo muss noch einer sein? Da ging gerade eine Zinschnur los. Ja, habe ich schon. Ist der hinter mir? Oh, da... Das bist du. Ich habe ihn gerade getüftet. Oh, da ist ein Enderman, wa? Ja. Wir bist denn hier hochgekommen durchs Wasser, oder was? Mhm. Hallo, Enderman. Okay. Und er hat nichts getroppt. Dover Enderman. Ein riesen Höhlensystem hier unten. Finde ich schon richtig cool. Da ist Knolle, der baut da was ab. Mhm, Eisen. Aber ich glaube, hier ist Ender, oder? Vielleicht, weil da der Enderman war. Ja, der Enderman war da, genau. Gut, hier geht es jetzt bergab. Was ist denn? Ich habe die Fakke genau auf die Kohle gesetzt. Echt? Brennt schon, oder was? Nee, auf die Eisen gesetzt. Nee, ist noch nicht Ende. Kannst du noch weiter. Hier geht es auch noch weiter, wow. Das geht immer noch weiter. Da hinten springt so ein kleiner roter... Ach, hier ist ein Redstone. Was ist das für ein roter kleiner Kasten, der da springt? Der macht mich bestimmt kaputt. Das könnte ein Magma Cube sein. Magma Cube, was ist das? Nur ein Lava. Kennst du Schleim? Äh, nee, sagt mir jetzt gar nichts. Nicht gesehen. Aber hier unten ist Feuer und da ist er wohl hergekommen. Ich komme mal grad zu dir. Und das Wasser läuft direkt dann da rein, ne? Oder wie sehe ich das so? So, ich bin jetzt gleich hier. Wo ist der rote? Der ist schon weg. Ach, hier oben ist ein Redstone. Oben links. Hinter mir Einstein. Nee, nee, den roten Dings. Nee, das war ein grüner. Hab ich rot gesagt. Du hast gesagt, das ist ein roter. Na, das war auch ne doofe Fackel, die ich da grad hingebaut hab. Vollkommen über bei der Lava. Naja, vielleicht ist die Lava mal irgendwann erloschen, ne? Ja, ganz bestimmt. Gut. Leder Maus. Ah. So, da ist aber auch Endstation, glaub, ne, oder? Wenn man nach rechts geht nicht, da hab ich nochmal was reingebaut. Geht's, um die Lava geht's noch rum, oder was? Nein. Hier meine ich. Wo bist du denn? Ich bin noch hier beim Wasserlauf. Nee, um die Ecke. Aha, wahrscheinlich geht's über die Lava, hinter der Lava noch weiter. Das könnte sein. Aber das ist etwas schwierig jetzt. Wo bist du da oben? Gut, dann gucken wir mal weiter. Gegenüber ist auch noch, äh, sag schon, ein Schacht, ne, glaube, oder? Nee. Hier, wo ich bin, hier hinter ist noch was. Komm mal mit, ich hab hier hinten noch was freigebuddelt und ich glaub da natürlich genau... Äh. Wo hast du freigebuddelt? Hier hinten, da war Eisen, wo deine Fackel war. Mhm. Dann hab ich die abgebaut in Eisen. Und dann ging's da hinten weiter. Hier, oder was? Ja. Na, guck an. Da vorne ist noch ne Spinne. Okay. Oh, da ist ne Hex. Echt? Und Gold. Und ein kleiner Zombie. Oh, und ganz viele da drinnen. Pass auf. Haben wir sie alle? Ja. Hier ist wohl ne Sammelstelle, wa? Im rosa Raum. Ach, da geht's noch tiefer runter. Wow. Oh, hier ist ein Zombie mit Eisenschwert. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier die andere Seite ist. Hier ist ganz viel Redstone. Nee, doch nicht. Das ist... Die Lava ist hier dann zu Ende. Jetzt glaub ich bin in die falsche Richtung gegangen. Jo, gut. Hier machen wir mal Feuer... äh, Licht hin. Hier ist ein großer Versammlungsraum von denen gewesen, ne? Wo wir gerade auf die Gegner getroffen sind. Also ich glaub, so ne hohe KI haben die noch nicht. Boah. Wo bist du? Ah, da. Am sterben. Oh, ich hab auch noch zwei, seh ich gerade. Der Zombie hat mich erschrocken. Ich wollt grad das Redstone essen, weil ich dachte, was für ein App... Äh, Essen. Okay, jetzt hab ich nichts mehr. Gut, brauchst du noch einen Apfel? Nee, ich hab jetzt alles voll. Gut. Fackeln hab ich auch noch vier, obwohl ich wahrscheinlich noch welche machen könnte. Na, da oben ist auch noch eine Etage. Und hier ist Ende. Nee, da ist ein kleines Loch. Aber da müsste es schon fast wieder zurückgehen, oder? Ja, was? So, ich hab keine Fackeln mehr. Ich glaub, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir rauskommen, oder? Ja. Schwarzpulver hab ich da. Kann aber noch ein paar Fackeln bauen, ne? Oh, das wollte ich aber behalten. Warte, mach ich da hinten Licht, damit da keiner spawnt. Oh, voll gegen die Strömung. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich lang muss hier zurück. Jetzt soll einfach zu meinem Namen kommen. Ja, okay, das ist kein Problem. So, jetzt müssen wir nur zurück. Ich glaub, wir sollten mal wieder an die Luft, oder? Ja. Hier nicht. Hier ist, äh... Ah, du nimmst alles mit, ne? Ich vergesse das immer. Jetzt müssen wir hier rechts lang dann. Ach Gott, da ist auch wieder dunkel. Oh, Skelett. Bist du schon wieder weggegangen? Ne. Wirst du dann? Ich bin... Aus diesem großen Raum bin ich gerade ausgegangen. Aha, wo ist gerade raus? Na, ja, wenn du rausgehst, wo wir hergekommen sind, und dann... bin ich aber nochmal weitergegangen. Okay, jetzt ist auch egal. Ich weiß nicht, wo ich wieder zurück muss. Ist also doch nicht so egal. Ah, ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Ach, hier bin ich hergekommen. Hier sind wir hergekommen beim Wasser, ne? Ah, ist nur die Frage, ob ich hier jemals wieder rausfinde. Ah, noch ein Skelett runtergefallen. Super. Ey, kann's das sein? Oh, ein Creeper direkt bei mir am Hintern, ey. Und wiederbeleben, super. Ich komm leider hier nicht raus. Super, jetzt muss ich da irgendwie wieder hin, ne? Und ich weiß nicht, wo du warst. Ich hab nur den Creeper gehört. Aha. Wenn ich das auch mal wüsste. Dann dachte ich erst mal das Redstone da liegen und komm mal... Ja, ich glaube, ich könnte mir ungefähr vorstellen, wo das war. Das kann eigentlich nicht weit von unserem Ausgang gewesen sein. Da ist ein Creeper. Waren da zwei Creeper? Ne, ich weiß nur von einem. Okay. Dann bin ich hier wohl falsch. Aber ist natürlich die nächste Frage, ne? Da ist dunkel. Da waren wir nicht. Oh! Wo kommt der denn her? Nein, noch nicht. Ich muss jetzt gerade einen Zombie schlagen. Nein, eben. Einen Wasserfall hoch? Da kam senkrecht Wasserfall runter. Da bin ich kaputt gegangen. Oh, Zombie geht kaputt. Oh, ich hab noch nie gesehen, dass ich den Fledermaus... Durch das Wasser musste ich hier, ne, oder? Das flache Wasser. Dahinter war das, ne? Ich suchte dich die ganze Zeit noch. Ah, hier sind XP-Points. Kommt schon, ey, weiter. Ja, ich glaube... Aber hier ist nichts mehr. Hier ist ein Ende im Gelände. Oh, schon wieder so einer, ey. Hier ist kein Wasserfall. Ich hab nur Gammelfleisch in der Hand. So ein Shit. Keine Waffe, nix. Ja, ich weiß nicht, wo du gestorben bist. Ja. Du sagst von... Ach, hier ist ein Wasserfall nach oben. Es muss da lang sein, wo natürlich der Zombie wartet, ne? Ach, da vorne bist du... Ein Creeper ist da auch. Ja, das muss hier irgendwo gewesen sein. Oh, pass auf, wenn... Ja, da war's. Da sind ja die ganzen Stöcker. Jetzt hab ich hier die Hälfte aufgesammelt. Ist egal, wo muss ich hin? Hier. Hier im Wasser, oder was? Ja, da liegen doch die ganzen Sachen. Dann bin ich vorbeigelaufen. Das konnte ich von da oben leider nicht sehen. Und hier... Ist kein vernünftiger Aufgang gewesen, deswegen bin ich da auch nicht hochgekommen. So ein Shit. Jetzt ist der Aufgang da entschuldigt. Ja, klar. Was ist sonst? Hab ich hier auch eine Pickachs noch? Nö. Wo ist denn hier? Und die hast du dann wahrscheinlich aufgenommen, meine Axt, ne? Kann das sein? Ja, warte. Oh, ich schmeiß es. Was machst du? Grabe ich mich da mal lang? Damit ich da hochkomme? Mit der Schaufel. Ja, was soll ich tun, wenn ich keine Axt habe? Da hinten ist ein Skelett. Nimm mal einfach mal alles hier, was ich dir da hinschmeiße. Nimm du deine Sachen. Ich mach das schon mit dem Skelett. Hm, okay. Da vorne. So, warte, jetzt bleib da stehen. Hab ich jetzt alles? So ungefähr. Ah, sag doch was! Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin doch im Inventar. Warte, jetzt bleib stehen. Ja. So. Hier, das hab ich gerade aufgesammelt. Oha! Sag doch was! Ja, ich war gerade im Inventar, weil ich es erst gegeben hab. Und brauch ich es nicht mehr. So, jetzt. Wie viel soll ich denn so mitschlüren? Ja. Ich kann gleich nichts mehr tragen, wahrscheinlich. Und warum kommen hier immer mehr? Fallen die von oben runter, wa? So, jetzt müssen wir mal raus. Ja, so raus geht noch ein Herz. Okay. Wo kann man denn raus? Hier. Apfel. Passt du? Reicht? Ja. So, wir müssen mal lang. Zum Heilen reicht das auf jeden Fall nicht. Ich glaub, wir müssen hier lang, ne, oder? Ein Apfel würde mir noch fehlen. Beim Gras müssen wir lang, oder? Ja. Ich darf nirgendwo runterfallen, was zu hoch ist. Oh, schon wieder ein Skelett hier. Die kamen von oben runtergefallen. Kommst vorbei da? Ja. Die kommen da von oben gefallen, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir irgendwie hoch und dann von oben auch noch was leuchten, oder so. So, hier geht's raus. Bist du hinter mir? Äh, links rum, oder? Rechts rum. Ne, ich meine hier lang. Hier war das Häuschen, weißt du noch? Mhm. Und da geht's nach unten auch noch weiter, oder was? Meine Güte. Äh, hier weiter? Hier rechts, ja. Hier irgendwo hoch. Oh. Da müssen wir hoch. Aber das war schon kritisch. Ah. Schaffst du es? Hier ist eine Werkbank. Hast du die? Ja, die haben wir da mal irgendwann hingestellt. Das kann sein. So, hier muss es weiter hoch. Hier geht's lang. Bist du hinter mir? Hier geht's raus. Oh. Wenn's ruckelt, dann fällt. Fall bloß nicht runter. Und irgendwo war hier der Ausgang nach hier rüber, glaube ich, ne? Ja, hier ist der Ausgang. Wunderbar, da haben wir's gleich geschafft. Oh, da darf ich nicht runterspringen, sonst... Ich wollte da grad runterspringen. Ja, endlich da, oder? Ah, Klatsch. So, jetzt sind wir hier im Vorraum. Aber wo ging's hier raus? Das ist die nächste Frage, ne? Das weiß ich. Ah, da oben ist die Leiter, ne? So, jetzt aber mal erstmal. Ich muss mal einmal Tageslicht sehen. Aber wahrscheinlich ist es mitten in der Nacht, ne? So wie das aussieht. Ja. Wir sind schon oben, ja. Da sind wir zu Hause. Gott. Jetzt mal hier lang. Schnell an der Laper vorbei, dass er nicht reinfliegt. So, auf, auf. Unserem kostet natürlich ein Skelett. Okay, oben drauf? Ja. Super. Das muss natürlich dann runterspringen, wenn ich komme. Ja, sonst... Ich hab noch... ...die Möglichkeit, dir zu helfen. Die Kuh hat dich gerettet, oder was? Nein. Ja, die Kuh hat dich gerettet, weil die hat nämlich ein Stingens Pfeil abgekriegt. Ja. Ja. Hab ich gar nicht gemütlich gekriegt. So, okay. Essen. Essen. Essen? Da ist noch was Rohes drin. Super. Ein Hähnchen war das. Ich hab nix zu essen. Ja, aber ich denke mal, soll trotz alledem für die Folge jetzt gerade erstmal reichen. Nein, ich muss jetzt was essen. Du musst jetzt was essen, sonst vergisst du das. Ich, äh... Hast du das hier umgebaut? Jetzt klar. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich war da unten so lange dran und da weiß ich gar nicht, wie das hier war. Okay, aber dann sind wir erstmal... Ich hab nur anderthalb Herzen, ne? Aber das ist nun mal so. Ich hab hier natürlich ne Portion of Healing. Okay. Naja. Halb so wild. Dann würde ich erstmal sagen, können wir ins Bett gehen noch schnell, oder? Oh, ne, warte. Zack. Zack, dann machen wir das gerade noch. Gut, und dann... Machen wir Ende. Genau. Dann war's das mit dieser Folge. Und hoffentlich lass es bei mir nächstes Mal flüssiger. Ja, genau. Da müssen wir mal schauen. Okay. Dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.